Es ist ein Fastback für... Ach ne, komm, ganz ehrlich, da hab ich keinen Bock drauf. Es ist, es ist auf der Map auf Hardcore einfach nur ein Fenstergecampe, äh, das ist einfach derbe Lame. Also, Pitos, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Pistolen OP sind, also vor allen Dingen im normalen Modus nicht. Aber ich würde sagen, wenn man einigermaßen mit Pistolen umgehen kann, sind die Dinger krass. Toll, toll, toll. Oh, what? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich spiele extrem gerne mit Misturen, nur der Revolver ist leider einfach shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.